Wir wollen die Tauern! Wir wollen die Tauern! Ja, jetzt geht auf, Jungen! Ah, jetzt hat man die Tauern, Alter! Müssen wir eigentlich hier rüber, ich würd so Lamba rum. Oder hier wieder. Bereithalten wir vor, dieser! Machtergreifung! Sammelt Erkennung! Ist das nicht, ist das Vierer? Ne, ist das Dreier, oder? Oh, ja... Wegpunkt markiert! Bewegung! Haben eine Drohne auf Station! Bereit für Überflug! ... ... ... ... ... ... ... Ah, fuck, jetzt fällt mir gerade ein, was du mir ein Video geschickt hast, bei TikTok. Mit einem Bunker, oder was war das? Ich hab mir das nicht ganz angeguckt. Was war das noch? Ja, das war in dem Haus, wo wir mal anfangs beim ersten Gaming hier rüber waren. Da ist da so ein Bunker, ja. Ich weiß nicht, ob das bei dem jetzt ist, oder bei den normalen. Okay. Okay, müssen wir mal, müssen wir mal noch gucken. Was war, was war da drin? Ich hab's mir halt nicht, nicht angeguckt. Weil die Kleine geprint hat. Ach so, Bozorn und dann erst mal flüpfig, ne? Genau. Naja, so schlimm ist es nicht, aber... Mhm. Du möchtest jetzt mit deinem Bluetooth? Naja, geht's. So, okay. Und rühnchen an. Ich hab's mir jetzt geilen, die ich schnau... Hast du das Haus schon hier gemacht? Ja, alles fertig. Ah, du, das ist bescheiden. Clusterschlag ist bereit zum Start. Scharfschützen, lieber, ist ja auch nix, ey. Ne Munition könnte ich dir geben, ne. Ja, Munition hab ich. Aber ich hab keinen Scharfschütz, lieber. Brauch ich eh da ja nicht. Na, fuck, ich hab zwei MPs, Alter. Ah, warte. Ja. Hier vorne noch, glaub ich, irgendein Stunkel drin. Ne. Ah, ne, ist da oben im Munker. Ah, Mulanke. Warte, ich brauch eben schnell Scharfschützen, äh, Stunkel. Wer hat denn hier ne Granate geschmissen, Digga? Ach, der Typ war das, glaub ich. Oh, nee. Ah, ich kann mir ja gar nix kaufen. Ich hab 11.000, Bro. Wie nacken wir es uns? Ja, droppen wir weiter. Ah, hast du Selbstwiederbelegung geholt? Ich hab Selbstwiederbelegung, du hast? Nicht, okay. Nix, ne. Mhm, danke. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird startet. Ja. War ich voll verbracht. Ja, dann legen wir mal los, ne? Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden hat. Nemt Hooking, alle. Kauf die Selbstwiederbelegung. Brüste Typ. Wollang soll man jetzt laufen? Digga, was hat denn er gekauft? Der Fuhrenbock, alle. Was hat denn er gekauft? Ich hab dem 6.800 gedroppt, alle. Oh ja. Damit er sich einfach fucking selbstwiederbelegung kaufen kann. Warte mal, ich hol mal schwere Waffen hier. Vielleicht ist hier ein Ding drin, Alter. Ja, oh ja. Ja, stimmt, ich hab auch schwere Waffen, warte. Na, guck mal, nice. Der kauft dir selber Watt, du Vogel. Der hat doch, wir haben das alles, oder? Na, der hat bestimmt nichts gesammelt, aber. Oh ja, nice. Hä, der ist rausgegangen, was ist das so ein Wichser? Na komm, jetzt mach mal jetzt. Warte, ich bin ohne über uns. Von der Küt... Von der Küt... von der Kütment bin ich eigentlich okay, oder? Ja, hier ist so eine Wiederdingenskiste, Alter. Ja, wie viel hast du's? Ich hab zwei Wiederbelegungen. Ich auch. Ja, ich auch. Ja, 1000 Meter, Alter. Nee, da hinten, Digga, guck doch mal. 240. Warte mal. Warte mal. Ich greif zu. Ja, scheiß drauf. Feindliche Drohne über uns. Du verlierst an Boden. Keine Markbleib-Zurück-Herausforderung. Ich hab irgendeine Herausforderung geschafft. Oh. Ich glaub ja, vorne ist was los. Ich bin verfolgt. Ich bin verfolgt. Ja. Ich lass ihn mal verbunkern. Schanzen. Ja. Ja. Brauchst du irgendwas an Ausrüstung? Soll ich irgendwas, wenn ich irgendwas find? Ich hab eigentlich alles. Ne, ne. Ich hab alles. Gehen. Hörschöx-Sensor, wenn du einen findest. Den würd ich nehmen. Ja. Lass das hier. Warte auf das eignat. Egal. Kannst du nehmen. Haben wir doch selber einen Cluster. Kannst du da einen tragen. ja ich hab präzision zu gestocken wir laufen weiter jode rein 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 ja da sind die die nicht jagen ich kann die tür nicht zu machen die wäder er hat mich der hat mich Mann, das kann nicht sein. Gott sei Dank, man hat jetzt die ganzen Waffen noch. Ja, der hat sich mit den PSP-HSH, aber mit so einem Trommel, oder? Tricking-Horn-Sonne. Wieder da hin? Scheiße, lasse, lasse! Oha, Digga, lass mich doch mal in Ruhe hier. Ach, Mann. Ich war halt noch nicht tot, ich hatte noch 6 Züge in Gott. Einen hab ich. Bist du da wieder gelandet? Ja. Einer ist oben drin, einer ist oben drin, Digga, in dem Haus. Die Treppe hoch, in dem Raum. Ja, ist mir egal, ich schau jetzt mal ab. Oh, guck mal, wie viele Cluster da runterkommen, Digga. Ja, was ist denn los, oder? Keine Ahnung, ich verpiss mich erst mal. Ich will da hin. Hey, Bruder, da ist mir das kalt zu viel. Leider sind sie ja weg. Klasse-Schläge. Oh, ist der Geist, der Gegner. Ich hab den. Oha, Digga. Kommt noch einer, guck auf die Karte. Hau ab! Wie viel ist da noch? Einer? Weiß ich nicht. Ja, es ist zwei. Ja, hier. Zwei Stück. Ja, ab, beide. Ist da noch einer? Ja, nee, hast du nicht. Ja, ja. Das sind drei, das sind drei. Zwei hab ich getötet. Mann, ey. Wo ist denn dritte? Nochmal zwei, nochmal zwei. Ja, ich gucke bei der Zone, Leute. Äh, blöd. Die Zone kommt richtig schnell. Alle tot? Ja. Ich hab halt goldene Maske und ich hab irgendwie so'n... Ach, Übersteuerung hatte ich grad irgendwie drin. Auf dich wird geschossen, Digga. Und auf mich auch. Ach, von hier. Hab den K.O. Ja, da sind ganz viele, Alter. Hm. Einer hab ich auf jeden Fall K.O. Das sind jetzt der Clusterschlag, er hat sich. Ich mach den Orbi rein. Oh, Digga, was machen die denn alle da hinten? Alter, ich komm nicht mehr in die Zone, weil die Zone so rotzisch schnell ist. Dann, Digga, dann... Was hast du für eine Waffe? Was hast du für eine Waffe in der Hand? Ich hab... Dreck vor mir, Dreck vor uns, Dreck vor uns hier. Ja. Oma auf dem Dach. Da war Oma auf dem Dach, einer. Ja. Zwei Stück sind das. Einen hab ich. Ja, hier hinten wird leider. Hab den. Bedrohung ausgeschlossen. Oh, Digga. Oh. Was hast du in der Hand? Äh, passt schon. Ich hab ne MP in der Hand gehabt. Thema Übersteuerung, ich war aber mega weit hinten, Alter. Weil ich noch zurück bin und so ne Marke geholt hab. Aber die bringt nix, Digga, weil ich nur einmal Wiederbelebung hab. Und ich hab drei goldene bestimmt jetzt eingesammelt. Ja, hab ich. Hab ich. Das waren goldene, Digga. Alles gut. Glaub ich dir. Boah, wir müssen sie irgendwo verstecken. Ja, die sind nämlich ja weg. Die sind eingesammelt. Ja, ist ja gut. Ja, es nervt mich aber, also... Von wo, Digga? Das ist der Schlag. Ist Stadion, glaub ich. Von da hinten. Von da hinten, ja. Komm, abhauen. Komm. Ich seh die aber nicht. Ja, ich hab... Dreck vor unser Land, erinnerst du? Ziel voraus. Ja. Oh, die haben alle Heimlo und... Da auf dem Haus sind auch welche. Mhm. Lass uns irgendwie weiter außen laufen. Oder, Alter. Wir müssen halt hier durch das Ding durch, ne? Wir müssen halt gucken, dass die uns von hinten vom Stadium nicht nachwirkungen jetzt. Ja. Wir müssen zur Sicherheitszone. Ja, direkt ran. Wir müssen uns von hinten achten. Ich seh jetzt gerade auch keinen. Wir müssen gucken, dass wir hier vorne jetzt richtig hochkommen. Dann gehen wir ein bisschen aus der Zone raus, dass wir da so ein bisschen reinlaufen, ne? Guck mal, hier vorne ist rotes... rotes... roter Dampf, Alter. Ja, da haben die... Wie ist das? Da ist einer. Da. Fuck. Einer? Zwei. Einen hab ich gepinkt. Ja, okay. Alles klar. Einen hab ich. Da ist die Scheiße. Ja. Ich komm. Hast du den? Nein. Zone kommt. Ich hab den. Nice. Was für eine Rettung. Sehr gut. Das noch ein... Ach, da warst du, okay. Ich hab wieder eine goldene Münze eingesammelt und ich hab keinen Wiederbelebung mehr. Ja, keine Ahnung, oder? Hast du Wiederbelebung noch? Nein. Komisch, oder? Also, Gegner vor mir. Scheiß, ich konnte nicht anfingen, oder? Rechts von dir auch. Da. Oh, Digga, ich lauf hier rechts, ich lauf hier rechts. Ja, ja, ich auch. Der muss hier hinkommen. Sollen die sich da erstmal ein bisschen gegenseitig wegmachen, Alter? Ganz ehrlich. Geh mal bisschen rein hier. Da hinten? Die sollen gar nicht wissen, dass hier überhaupt noch jemand ist. Die sollen nach da vorne gucken, wo die Endzone ist. Da, da. Kontakt. Ah, Digga, ah, komm. Nein. Du kannst es selber nicht. Ja, ich kann es selbst nicht lassen, Alter. Aber der hat hier vorne... Da vorne war Dingens, Alter. Der hat sich so eine Kiste geholt. Das war das Gebäude. Tschüss. Da war eben einer, ne? Da ist er noch. Ja, sag ich ja. Ich hab den... Nice, kannst du dich holen? Ja, ruhig. War der direkt weg? Ja, bei der Team Wolf. Ja. Ja, geil, Digga. Das ist mir... Du hast mir einen süßen Arsch gerettet, Alter. Hier ist Headshack jetzt sofort zu einem Brust. Ja, hab ich dann. Zone kommt. Jetzt mach ruhig, Philipp. Ganz ruhig. Ja, ja. Ich mach Bombardierungen an, ja? Oder? Ja, mach mal. Achtung! Verbündet der Präzisionsluftschlag im Anflug. Zeit hat eine verbesserte Drohne gestartet. Wir sind... Noch noch 25... Boah! Alter! Doppel-K.O. Ja? Da oben im Gebäude? Das heißt, wir lassen es am Rand lang, den Böder. Hier vorne ist einer. Auf der Karte hat man das gesehen. Da vorne, irgendwo. Da ist im Haus, da ist einer gelaufen. Oh, Luftschlag, Luftschlag. Hier. Ich hab den. Nice. Hast du das in der S-Tiro, die irgendwo gekommen? Nein. Wir sind genau drin. Wir können hier drin bleiben. Ja. Von hinten kann auch keiner mehr kommen. Das ist auch geil. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Da schießt der schon, wer da. Ja, Digga. Der war... Digga. Oh, ne, geil, Digga. Ne. Ah, ne Minigang. Guck mal, ist ne Minigang. Da sind, da ist ein Gegner auf dem Fenster am Picken. Ne, ich geh da nirgends vorhin. Ich hab da angepingt, da ist ein Gegner, die ganze Zeit am Picken. Mhm. Am Fenster. Da, wenn wir hier rausgehen bei mir, sind wir am Arsch. Auf jeden Fall safe. Na, hier ist halt auch schwierig, aber. Wir müssen halt gleich, ne? Ja, aber... Ich hab auch keine Maske mehr, Digga. Da hat er keine verloren. Mhm. Oh, jetzt muss ich noch nubeln. Ich komm zu dir. Oh. Wurde beschossen. Oh, hinter mir. Hinter mir, Digga. Tschüss, lass dich chillen, oder? Wir sind... Ich bin vielleicht sogar in der Zone drin, wer weiß. Da kommt der Helikopter. Ach, hierzu. Exfiltration bereit. Warnung! Sichern Sie die Landezone. Es sind nur noch 10. Du kannst das schaffen. Bille, bleib doch drin. Ich guck da einfach nur hier raus, Digga. Hier vorne ist direkt die Landezone, ne? Ja, ja. Vorderer Exfiltration an. Aber wir sind immer noch zu viele. Oh, halt. Direkt hier, direkt hier, direkt bei mir. Ja, ich hab den. Ich bin drin. Hast du den? Oh, nice, Digga. Ich muss den Platten reinmachen. Verbessert sich ohne. Hier ist einer. Nee, Gegner. Hab den. Ach. Kannst du dich holen? Er war auf die letzte Sekunde sicher, danke. Ah, hier ist einer. Gegner hinter dir. Hier ist er. Ja. Ich hab den. Oh, mach einer. Ja, ich hab den. Ich hab den auch. Ich hab den auch. Was mach ich denn da? Du musst treppen. Ja. Sofort. Guck, dass ich die nicht einnehme, Digga. Wie viele sind das denn noch? Okay, drei. Zwei. Boah, hier, da sind mein Ziel. Verbündet der Präzisionsluftschlag im Anflug. Nicht raus. Nicht raus. Nicht raus. Digga, du hast dich selber getötet. Ach Quatsch, echt? Ja, deswegen war ich ja nicht raus. Du bist in deinem Präzisionsluftschlag eingelaufen. Zurück, stopp, ah! Ja, aber, ja, hast du. Boah, schade. Der Luftschlag hätte den kaputt gemacht, ne? Vielleicht, ja. Ja. Aber du gehst halt, du, das Grab fängt ja an, Digga, und du gehst raus. Ja, das war dumm. Noch eine Runde? Ja, aber das wäre fast ein Sieg gewesen, ne? Ja, es wäre, 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 ja, Digga, also du hast am Ende, am Ende hast du schon echt gut rasiert, Digga, da kannst du echt nichts sagen. Aber der Schluss war halt einfach dumm. Das war dumm. Aber guck mal, sieht man die Kills, noch wenigstens? Ich glaube nicht, weil ich hab, boah, Digga, ich hab schon echt ein paar Kills gesammelt, ja? Ja, ich hatte auch einige. Oh man, ey, würde ich mal gerne sehen. Ja, ja, aufnehmen, alle. Aufnahme speichern. Kann man nachgucken. Ja, genau.